Ein sonniges Willkommen zu einem schnellen Ründchen Oxygen Not Occluded, natürlich mit mir, eurem Sunny. Wo kommt hier schon wieder was her? So, zack. Und wir haben ein bisschen was zu tun. Ich habe mich gerade tierisch erschrocken, als ich den Spielstand geladen habe und gesehen habe, dass wir nur 14 Dupes haben. Und dann ist mir eingefallen, dass wahrscheinlich einfach zwei Stück gerade im Weltall sind. Genau. Ja, da kann man sich schon ein bisschen erschrecken. Können wir hier nochmal jemanden reinschicken? Nails. Du kommst doch da bestimmt rein. Stimmt eine gute Idee, dich da reinzuschicken. Was ist das hier? Oh, oh, oh. Da wundert es mich ja nicht, dass dieser Bereich hier nicht genutzt wird. Äh, ja. So ist das natürlich dann etwas besser. Okay. So. Und zwar die... Oh, die ist fertig. Die braucht, wenn ich mich nicht irre, 1600 Watt. Ist ein bisschen was. Ist ein bisschen was. Wir müssen also irgendwie 1600 Watt darüber kriegen. Da bin ich jetzt hart am überlegen, wie wir das am günstigsten bauen. Ich denke, ich werde hier eine zweite Leitung hinsetzen. Verhungern. Ja, ich hoffe mal, dass das wie bisher ist irgendwie mehr oder weniger nur so eine Art falsche Alarm. Und dass das eigentlich gar keine Rolle spielt. Ähm, den drehen wir so rum. Dann machen wir hier so eine Kabelbrücke. Hier hin. Das hier kann verbunden werden. Hier rüber. Dann wird das hier nämlich verbunden. Sobald wir dafür bereit sind. Und... Hier werde ich dann... Das Ganze durch... Leiterkabel ersetzen. So. Das schaut soweit schon mal gut aus. Dann... Das Ding muss natürlich zerlegt werden. Äh, außerdem habe ich mir mal angeguckt... Äh, wie... Leiterkabel kann hier ruhig eigentlich aus Blei gemacht werden. So. Und dann so. Zack. Ach komm, nur wertfällig. Ruckel dich zurecht. Weil mir wurde doch gerade gar nicht gespeichert, oder? Warum ruckelst du zwischendurch so? Ich verstehe es nicht. Aber okay. Ähm, ich habe mir angeguckt, was hier der Fehler war. Und zwar ist der Fehler, wir müssen den direkt dahinter haben. Ähm... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie wir das gut und schnell umbauen könnten. Ähm... Den hierhin kopieren. Den wegreißen. Das hierhin kopieren. Das Kabel... Das Kabel... So verbinden. Das Kabel muss so. Ja. Und dann... Das hier so verbunden. Und hier kommt eine Verbindung quer durch. Ich... Dann können wir auf das und das verzichten. Das sollte so weitestgehend funktionieren. Ich denke, so ist dann in Ordnung. Gucken wir mal. Äh... Shift eins. Shift... Machen wir Home. So. Oh, ich habe pausiert. Das war ja... Nicht sinnvoll. Das ist durchgebaut. Das sieht gut aus. Das heißt... Ich kann... Den hier verbinden. Und das hier kappen. Hervorragend. Der hier braucht noch seine einzelne... Äh... Die Verbindung, die da noch fehlt. Wir produzieren... Äh... Verbrauchen da jetzt eine ganze Menge Eisen. Aber... Damit werden wir leben können. So. Also. Hier können wir eine ganze Menge Sachen bauen. Und zwar Isolierung können wir machen. Aus... Ähm... Aus dem Isoresin, was wir haben. Abysselite und... Schilffaser. Haben wir alles genug von da. Wir könnten außerdem... Viskogel machen. Dafür brauchen wir Petroleum. Was wir ja gerade eigentlich abgestellt haben. Dann müssen wir uns dann... Also das hier unten mal umbauen. Dass wir... Dafür sorgen, dass wir einen Vorrat irgendwie... Haben. Den wir auch gleichzeitig irgendwie in... In Eimer abfüllen können. Das heißt, der hier ist nur noch beim Aufräumen aktiv. Und ich muss das hier irgendwie umbauen. Ich weiß noch nicht so genau wie. Es wird interessant. Ähm... Ja... Puh... Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte die Idee wäre so ganz nett das so zu machen. Wieso? Wieso hast du keinen Strom? Weil du noch keinen Strom hast. Klare Ansage. Ich denke, wenn ich das so mache, sollte das gehen. Ich baue das hier ein. Das größte Problem wird hier das Rohöl, was hier drin ist. Das müssen wir rausdrücken. Das heißt, wir machen erstmal den hier. Es gibt noch genug Wege für dich da wegzukommen, oder? Ja. Okay. Sobald die dann das hier gebaut haben, können wir da uns abdrucken. So. Was hier habt ihr schon umgebaut? Großteils. Ja, tatsächlich. So. Hier ist Rohöl. Ja. Und? Ist das richtig? Ja. Weil da ist ein gewisser Verzögerer drin. Das Problem war, als wir das hier hingesetzt hatten, war die Problematik, dass ich ja nur eine 50-50 Chance hatte, dass das, was hier drin lag, tatsächlich dann auch nach rechts geht hier rein. Und in den anderen 50 Prozent ist es einfach nach oben gegangen. Und das war die Problematik, denke ich mal. Außerdem scheinen die Dinger hier so zu funktionieren, dass sie sagen, hey, ich gebe dir das Signal und du behältst das, sozusagen, bis dieses Ding durchgelaufen ist. Das Problem war, wenn dann Öl lang kam und mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit aber nach oben durchgegangen ist, dann kam jetzt das Signal, hey, lass mal das nächste durch. Dann kam das nächste, war aber zum Beispiel halt verschmutztes Wasser, ging nach rechts oder wollte nach rechts gerne gehen, weil es war ja offen und wurde dann durchgelassen, weil ja das Signal von vorher war. Also, so oder so ähnlich müsste das Problem gewesen sein. Jedenfalls, wenn ich damit richtig liege, dann sollte das Problem jetzt behoben sein. Dann brauchen wir auch den Kleideradatsch hier nicht. Ich lasse mal die Verbindung hier noch. Wir werden das damit erstmal testen. Warum ich jetzt hier zwei Rohrbrücken habe, weiß ich nicht, aber das war bestimmt entstanden durch die Sache, die wir vorhin da gemacht haben oder das letzte Mal. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, so, dann probieren wir das hier mal anzumachen und gucken mal, ob jetzt alles so funktioniert, wie es soll. Das sieht großartig aus. Ja, 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 jetzt funktioniert es, okay. Dann können wir das hier jetzt auch verbinden. Ah, okay, der hier muss natürlich weg. Ja, okay, prima. Ich hoffe, dass es nicht zu viel von dem verschmutzten Wasser ist. Aber das sieht, denke ich, auch gut aus. Ja, ich meine, wir haben hier einen Lagercontainer, der relativ lange das Ganze hält. Wir haben hier noch zwei Lagercontainer, die das Ganze halten würden. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich sollte hier mal gucken, ob ich nicht noch eine Lampe reinbaue. Licht, weil die arbeiten ja effektiver, wenn sie Licht haben. Und das Gerät hier verbraucht ja doch relativ viel Strom. Und umso mehr Strom von etwas produziert wird, umso mehr lohnt es sich eigentlich mal, sie bei Licht arbeiten zu lassen. So. Ah, hier werden sie gar kein Kabel setzen können eventuell. Muss ich gucken. Kannst du hier ein Kabel setzen? Es gibt keine Beschwerde. Der letzte fehlt noch. Okay. So, damit arbeitet er bei Licht und damit arbeitet er schneller, wenn ich mich nicht irre. Genau, 15% erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit. Ich hatte mir nämlich eben nochmal die Molekularschmiede angeguckt und da war nämlich auch die Empfehlung dabei, dafür zu sorgen, dass sie einen beleuchteten Arbeitsplatz haben. Ähm, weil das halt einfach dafür sorgt, dass sie besser arbeiten halt. Und im Falle von dem Ding hier, weil es ja sehr viel Strom verbraucht, ist das wohl eine empfehlenswerte Sache, habe ich gelesen. Machen wir gerne. So, aber prinzipiell können wir das Ganze hier schon mal in Auftrag geben, also in Isolierung. Ähm, 100 Kilo, also 10 Stück können wir bestimmt mal machen. Gleich ist auch Strom dran, ne? So. Ansonsten ist das eine relativ, relativ entspannte Sache. Die sollte an einen anderen Ort gebracht werden. Die Laufwege unserer Dubs sind einfach viel zu lang. Ähm, vor allem da sie, da wir viele Sachen hier wahrscheinlich nicht vor Ort lagern. Wo wir das machen könnten? Ein schicker Anzug. Aber ich glaube, wir haben keinen neuen Dubs, der ihn bräuchte. Kommt ihr da ran? Hm, ihr beschwert euch nicht, dass es nicht gebaut werden könnte. Okay, hervorragend. Gut, warte auf Materialien. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Sie müssen halt jetzt auf Materialien warten. Was wir halt machen können, ist vielleicht hier einfach Lagerbehälter daneben stellen. Für Bisseleit, Isoresin und so weiter und so fort. Also alle Sachen, die der Herr hier so braucht. Abgesehen von Petroleum. Daran arbeitet ich halt gerade auch noch. So, aber ja, das hier war dann, auf die Art und Weise, wie sich das Projekt dann hier noch ganz gut lösen. Habe ich extra in einem extra Spielstand neu gestartet und nur halt mal mit Hilfsmitteln, also mit so einer Art Sandbox-Modus habe ich dann mal gebaut und geguckt, ob es denn so funktioniert. Und ja, großartigerweise so hat es dann funktioniert. Ja. Tut mir leid, dass ich das mal nicht in der Folge ausprobiert habe. Aber irgendwie halt auch nicht, weil es ja eventuell noch Ewigkeiten dauern können. Und ja, ein bisschen was an Fehler suche und sowas mache ich gerne in den Folgen. Aber ich will halt euch auch nicht langweilen mit anderen Sachen. Wisst ihr? So. Sobald die jetzt hier mit der Seite fertig sind, graben wir den Bereich wieder aus. Wenn wir überlegen, ob ich sogar noch einen breiter gehe. Dann komme ich mir dabei zwar lächerlich vor, aber es macht wahrscheinlich Sinn. Erstmal muss der da zugebaut werden. Oh, wie sieht es hier mit... Hab zu schnell meine Tasten weg. Hier. Da wird gearbeitet. Ernsthaft? Du musst einfach nur da stehen, die Arme in die Hüften stemmen und so arbeitest du? Okay, so will ich auch arbeiten. Okay. Tu ich manchmal. Cool. Es gibt halt übrigens auch so Tricks, um Strom zu sparen. Ich finde es meistens ein bisschen übertrieben. Ähm. Man kann hier eine Automatisierung stellen. Wenn man weiß, wo sich die hinstellen, äh, äh, während der Arbeit, dann kann man hier einen Drucksensor hin basteln, meine ich. Ähm. Muss mal gucken, wie viel so ein Dupp wiegt. Aber ich schätze mal, wenn man 10 oder 20 Kilo macht, dann reicht das in der Regel. Oder man muss so einen Duplikant-Bewegungssensor hier hinsetzen. Ja, dann merkt er, ja, hier ist ein Duplikant. Dann, äh, mache ich hier Licht an. Indem ich hier alten Schalter dazwischen, äh, automatisierten Schalter dazwischen setze. Ist halt voll albern. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass das hier 1600 Watt verbraucht während das Ganze an ist. Und der hier, ja, so eine 10 Watt oder sowas. Aber wir haben hier ein bisschen Temperatur reingekriegt durch die Sachen. Finde ich gut. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass das Material aus dem Bereich kam, wo es ein bisschen wärmer war einfach. Ja, und dazu haben wir halt die beste Isolierung, soweit ich weiß, die wir kriegen können. Ähm, ja, damit ist die Keramik so ein bisschen hinfällig. Aber die Keramik ist halt auch eine gute Isolierung. Ähm, wir könnten halt hier die Bereiche verschüttet. Okay. Wie lange schon? Ich glaube, das ist jetzt mal ein zweites Sicherheitshalber. Aber wir haben dann hier eventuell die ganze Zeit ein bisschen verschmutzte Erde, die fleißig am rotieren ist. Ja, das sieht gerade ein bisschen ungünstig aus. Okay, äh, Kompost habe ich eine leichte Erhöhung gegeben, naja. Ja, ansonsten, die Schmiede funktioniert soweit. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir auch an Fullerane und sowas rankommen. Oh, da ist eine Rakete zurück? Nein, nicht probieren. Äh, Sternkarte öffnen. Ähm, ja, die andere ist erst bei 50 Prozent. Anscheinend braucht die, die, äh, Forschung betreibt, länger. Oder ich habe die beide sehr unterschiedlich losgeschickt. Ähm, du darfst entkommen. So. Eine Kaffeemaschine? Okay. Ja, so eine kleine Espresso-Kanne oder sowas. Wurde trotzdem cool. Ähm, dann... Wo bist du denn zuletzt? Oh, die war aber auch auf einer kürzeren Strecke. Die war hier, genau. Das heißt, als nächstes wollen wir hier hin. Richtig. Deswegen auch die 569 jetzt nur. Genau. Okay. Das heißt, wir müssen den Tank hier füllen. Und dann sind wir auch schon wieder, äh, auf Abmarsch bereit. Und können nochmal losfliegen. Ähm, damit mal die Frage hier. Anscheinend muss ich nur einen Auftrag geben. Oder... Du hast keine Sichtverbindung. Keine Sichtverbindung. Okay. Ähm... Was haben wir denn hier drauf gefunden? Fullerain. Fullerain ist eine gute Sache. Ähm... Hier hätten wir auch Fullerain. Magmatid, Sedimentgestein und Fullerain. Hätte echt nur Spurenmenge. Das ist wirklich nicht viel. Hm. Ähm... Okay. Isoresin haben wir ein bisschen was. Davon brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel. Aber haben halt den Vorteil, dass wir das von wo holen, wo wir halt auch Stahl und sowas mitbringen. Was halt gut ist. Stahl mitzubringen, denke ich mal, ist eine gute Sache. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Dann gucken wir mal. Wir müssen uns hier noch um das Ding hier kümmern. Hervorragend. Das ist soweit vorbereitet. Ähm... Ich wollte hier nochmal eine ransetzen. So. Ich... Ich muss zugeben, ich mag diese Funktion. Dann... Mache ich hier eine Leiter, die runterführt. Sehr gut. Dann kann das hier weg. Oder muss. Wie auch immer. Ebenso das hier. Und dann werde ich hier nur Handpumpe hinsetzen. So. Dann müssen die Leitern hier oben weg. Und dann... So. Damit kommen wir jetzt nämlich an... 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 Sagt schon an... An... An Petroleum hier unten ran. Nicht so wahnsinnig viel jetzt im Moment. Aber... Das ist okay. Und... Ja, die Pumpe. Ah... Wo bauen wir die Pumpe an den Strom ran? Mit wie viel bist du belastet? Potentielle Lasten... 69... Eigentlich die Maximallast, die so möglich ist... sein sollte. Mehr wäre nicht gut. Ist irgendwas wirklich Wichtiges dran? Ja, das ist schon ein bisschen was Wichtiges dran, ne? Der hier ist gut, wenn der Pumpen... äh... Gold Amalgam. Und verbinden das so. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich dieses blöde Öl da aufwischen. Ah! Genau das, was ich gehofft hatte, was nicht passieren würde. Und außerdem müssen wir jetzt darauf achten, dass er nicht gleich das ganze... Petroleum mit aufwischt. Ja. Okay. Oh, da haben wir auch 133 Kilo Petroleum. Wir könnten jetzt also auch... einmal hier den Auftrag geben... dieses Viskogel herzustellen. Oh, wo... Oh, Isoresin ist schon alle. Okay. Also ein bisschen was an Isoresin brauchen wir halt doch. Wir sollten mal ein paar Mal fliegen lassen. Du bist schon voll, ja. Dann... können wir hier... Oh, ist schon wieder drin. Hervorragend. Dann... kann sie... gleich zum nächsten öligen Asteroiden fliegen. Hervorragend. Was ist eigentlich hier mit dir? Ist da jemand... Es ist jemand zugewiesen, aber es geht keiner rein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal... Manchmal tröse ich da einfach schwer. So. Offen ist, noch nicht. Abschussraumbefehl. Die Startbahn blockiert. Ist weg. Dann... Mission... starten. Sehr gut. Und Abflug. Die Kaffeemaschine ist ein bisschen warm geworden gerade. Hahahaha. Hahahaha. Die... Metallziegel sind jetzt hier ein bisschen warm. Ich werde mal... das Wasser reinpumpen lassen. Aha. Ich hoffe, dass... unsere... Pumpe dadurch... unsere Luftpumpe nicht dadurch kaputt geht. Die grundsätzliche Idee darüber, das zu machen, ist glaube ich nicht schlecht. Aber wir werden wohl eine etwas kontinuierlichere Methode finden müssen. Die könnte dann theoretisch durchaus auch über... über Energiegewinnung gehen, dass wir da oben die Energie... die Wärme abführen, indem wir... ähm... auch ne... ne... so ein Wärmekraftwerk halt setzen hier. Sowas hier. Ja, Generator inaktiv. Ich weiß. Eisen zu Stahl. Gibt es im Moment nichts. Amalgam zu... Amalgam... Das macht alles im Moment nicht so viel Sinn. Also... Wir könnten es halt laufen lassen, aber... Wir haben halt eigentlich von allem genug. Außer vom Kalk halt. Sobald wir Kalk haben... Hätte ich gerne wieder etwas mehr... Stahl laufen. Glas oder Leuchttnümpfe? Leuchttnümpfe! Hallo Leuchttnümpfe! Tschüss Poker-Panzer! So... Ah, die Kaffeemaschine. Die könnte ich doch mal hier unten... Wenn ich die ja einmal gut erhitzt habe, die... Kaffeemaschine. Kann ich sie ja mal hier... spaßeshalber... draufsetzen. So... Ja, dann werden wir relativ regelmäßige Flüge machen müssen, um... Isoresin und Fulleren besorgen zu können, ne? Da müssen wir dann mal echt gucken. Ist das jetzt hier mal besetzt? Nö. Aus irgendeinem Grund ist, äh... Die Rakete nicht besonders... Beliebt. Was soll man dazu sagen? Wenn sich da keiner reinsetzt, dann will die sich da keiner reinsetzen, ne? Pfff... Äh... Manchmal. Manchmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Ohr war mal länger. Ging das nicht mal bis hier hin? Oh, als ich das Ding hier geöffnet habe und der Wasserdampf hier rausgeschossen ist, war der wahrscheinlich so warm, dass der das Transportrohr zerstört hat hier. Hahaha. Okay. Äh... Auch cool eigentlich. Auch cool. So, Abflug. Hervorragend. So, und hier drinnen ist die Temperatur gut runtergegangen, ja. Prima. Ich hätte schwören können, ich habe hier irgendwann mal eine Verbindung gebaut, damit die Temperatur, die hier reingeht, auch rausgenommen wird. Ha. Aber aus irgendeinem Grund... Ist das nicht so... Ah, das wird in der Aufnahme gewesen sein, die ich nochmal neu machen musste, weil ihr nur ein Browserfenster gesehen habt. Das wird's sein. Ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Aber hier... Ich glaube, da hatte ich hier auch eine Leiter runtergezogen. Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass es das war. Okay. Und schon wieder ist hier Kupfererz drinnen. Wie oft soll ich denn dieses Kupfererz hier rausholen? Ai, Karama. Also, es kann auch sein, dass das mit dem Entpumpen hier, und dass ich gekühlt habe darüber, dass ich den Dampf abgelassen habe, hätte auch in der Folge war, die dann nicht gekommen ist. Aber ehrlich gesagt, das ist das einzige, wie ich mir erklären kann, warum das Transport-War hier geendet ist. Und nicht so... Hm. Egal. So, okay. Damit haben wir heute relativ viel von dem, was ich erledigen wollte, erledigt. Ich bin da ganz glücklich mit. Wir haben die zumindest mal ausprobiert, auch wenn wir da noch nicht so weit sind. Wir haben das hier jetzt soweit umgebaut. Das funktioniert jetzt prinzipiell. Ähm, wenn wir mehr brauchen, müssen wir halt einfach mal aus der Maschine hier, äh, ne F6, müssen wir einfach mal hier von was hier reinpumpen. Da könnten wir hier unten einfach, na, ähm, könnten wir hier unten einfach einen Auswurf für Flüssigkeit machen. Dann füllen wir die untere, den unteren Bereich einfach mit Petroleum. Sobald er in den oberen Bereich kommt, pumpt die, äh, äh, die Pumpe das hier weg, die Flüssigkeitspumpe. Und, äh, das hier hinten haben wir repariert. Das läuft jetzt soweit. Ja, allerdings, ähm, macht das im Moment keinen Sinn mehr. Denn es pumpt nur noch hier Öl durch die Gegend. Da müssen wir mal gucken, dass wir, dass wir hier halt ein bisschen Änderung machen. Aber zumindest haben wir die Vorbereitung schon mal. Was jetzt halt, äh, sinnvoll wäre, wäre, wenn wir wirklich weniger Öl hätten. Aber wir haben halt Unmengen an Öl noch in Reserve. Dass wir dann halt sozusagen einen Ölspeicher machen, in den wir dann das Öl reinpumpen. Damit wird es dann weniger an der Stelle hier. Und dann können wir tatsächlich das verschmutzte Wasser irgendwann mal wegnehmen. Ähm, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie der Filter aussehen zu sehen hat. Und das hat den, äh, Vorteil, dass wir sowas dann eventuell mal für diese Pumpe hier machen können, wenn der Pegel hier sinkt. Ich meine, das ist nicht so schlimm. Kann man später halt irgendwann mal machen. Also so nach und nach scheinen wir halt doch die Temperaturen ein wenig zu erhöhen. Nicht großartig, aber hier sind halt Sachen, die jetzt mittlerweile, ähm, tauen, die vorher meiner Meinung nach nicht getaut sind. Also so langsam wärmen wir unseren Asteroiden ganz, ganz sachte auf. Ich meine, wir haben immer noch Bereiche, die sind super kalt. Aber da, wo wir viel unterwegs sind, da scheinen wir für eine gewisse Wärmeverteilung zu sorgen. Das Ding hier habe ich anscheinend nie vernünftig isoliert. Auch gut. Faszinierend. Okay. So. Ja, das kann hier weggenommen werden. Dann würde ich sagen, eine sonnige Verabschiedung von mir eurem Sonny. Wir haben hier fleißig was unterwegs. Oh, unser, 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 äh, gleich kommt hier nochmal eine Lieferung. Die können wir uns nochmal angucken. Aber an sich wissen wir jetzt ziemlich genau, was da ankommt. Das ist Isoresin, Stahl, Glas, Kupfer? Okay. Ähm, von daher, das ist das Übliche. Warte mal, die zwei Prozent können noch nicht so lange dauern, oder? Hundert Prozent. Eigentlich müsste es jetzt ankommen. Also, das Ding da drüben sagt, du kommst jetzt hier gerade an. Und da bist du noch. Hervorragend. Sehr cool. Und ein Mixer. Haha, okay. Okay, wir haben einen Mixer. Wieso ist hier gerade Blei runtergefallen? Oh. Nicht. Nicht, ähm. Traffic? Nein. Fördersystem. Das Fördersystem. Das gibt eine Menge Wärme unter Umständen ab. Naja, eigentlich gar nicht so sehr. Aber wo kommt dann auf einmal gerade das Blei her? Hier ist gerade Blei runtergefallen. Ich bin doch nicht doof. Bitte nichts dazu sagen. Ähm, Shift F2. Ist doch gerade Blei runtergefallen. Ist doch eben gerade dieses Stück Blei runtergefallen. Das ist doch super warm gewesen. Verstehe ich nicht. Hm. Wir können den natürlich wieder füllen. Ich bin dann tatsächlich im Überlegen. Schicken wir den... Moment. Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt heißt es wirklich eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Und ciao. Euer... Sunny.